Prozent 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 Allütsübe ich bin ja alle hier auf dem Server von Pranky von YouTube werden vielleicht einige von euch kennen ich weiß nicht und dann treff ich gerade hier ähm mc ah wie heißen sie verdammt ähm extra news von mc extranius äh und fail x123 und Maasel Maasel auch einen eigenen Account und hier sind jetzt lauter YouTuber und die kennen sich auch alle also alle kennen hier ähm den extranius und den fail von YouTube und äh jetzt sind sie alle auf dem Server ist voll lustig also hier äh find's auch komisch weil ähm da ich bin über Maasel erst auf das überhaupt auf den Server gekommen weil ich das Video gesehen hab und die von den anderen zwei die anderen zwei hab ich auch schon gekannt sau lustig ja und jetzt äh reden die die ganze Zeit nur und machen irgendeinen Scheiß das ist ganz nett so ah ich hab nicht gedacht dass äh die Leute sich so kennen aber ich glaub das liegt daran weil YouTube sich irgendwie äh äh jetzt so neue äh neue er entstanden ist wo lauter äh die Leute jetzt hier äh Glück auf YouTube äh probieren und die haben sich jetzt alle irgendwie glaub ich gegenseitig ein bisschen abonniert und jetzt äh kennen sich alle gegenseitig aber keiner kennt sie sonst ne weiß nicht schätze ich grad irgendwie schätze ich grad irgendwie aber sau lustig ooooh ah man äh wenn ihr wissen ob das für ein Texture Pack ist das ist Rundkraft weil es sieht mir so komisch aus ich muss das mal ändern ah bin wieder geil ah ja sau lustig ich hätte es viel mehr einfach so als Fahndern erstellen das hat zwar eigentlich keinen Sinn und weil da was für uns geiles Kindes sollen es darstellen fangen wir schnell hier also ich kann den Server von Franky echt nur empfehlen der ist sau lustig das ist auch eh voll äh ist auch nicht so wie diese ganzen Größen Server weil hier es sind nur paar Leute ich glaub 10 Leute oder so Waldläufer und Waldläufer was ich habe sich gestern herringen angeschaut was hm schau dir aus es hört doch nicht aus wie ein Waldläufer ja so geil ja ja so ja so und nicht schlecht ja ich glaub das ich pack's jetzt auch also bis zum nächsten mal ciao